Noch eine Wollny-Tochter tritt vor den Altar, Loredana Wollny überrascht ihre Fans mit einer süßen Ankündigung, doch Begeisterung sieht anders aus. Schon im März 2023 wagte Servet Özbek den entscheidenden Schritt, mit einem romantischen Antrag am Strand in der Türkei hielt er um die Hand von Loredana Wollny an. Punkt Nur wenige Monate zuvor, im Dezember 2022, hatten die beiden ihr erstes Baby bekommen, ein magischer Moment, bei dem Servet zunächst im Hintergrund blieb. Erst Anfang 2023 zeigte Loredana ihren Partner zum ersten Mal öffentlich. Jetzt steht der nächste große Meilenstein bevor, die Hochzeit. Mit breitem Grinsen präsentieren sich Loredana Wollny und ihr Servet auf Instagram, sie im eleganten Abendkleid, er im schicken Anzug. Punkt Zu dem glamourösen Schnappschuss lässt das Nesthäkchen der Wollny-Familie die Bombe platzen, wir sagen ja. Manchmal begegnet man im Leben der einen Person, die alles verändert, Liebe, Glück und ein gemeinsamer Weg. Punkt Wir freuen uns, diese besondere Nachricht mit euch zu teilen, wir werden heiraten. Wollny-Fans stellen Loredanas Hochzeit mit Servet in Frage, wegen der Aufenthaltserlaubnis. Alles könnte jetzt so perfekt sein, doch statt Glückwünschen erntet Loredana nach ihrer Hochzeitsverkündung auch reichlich heet. Punkt Gratuliere zur zukünftigen Scheidung, schreibt ein User wütend unter ihrem Instagram-Beitrag. Ein anderer geht sogar so weit und behauptet, die Hochzeit findet nicht aus Liebe statt, sondern nur wegen der Aufenthaltserlaubnis. Punkt Die Zweifel reißen nicht ab, wenn ihr verheiratet seid, darf Servet dann auch nach Deutschland? Fragt ein anderer User provokant. Andere werden noch deutlicher, das ist doch keine Liebe bei euch. Grund für die Spekulationen ist offenbar Servets Herkunft. Punkt Der Bräutigam ist gebürtiger Türke, was einige Fans dazu veranlasst, die Beziehung in Frage zu stellen. Punkt Dabei fing alles ganz romantisch an, Loredana und Servet trafen sich zum ersten Mal an einer Bar in der Türkei und es funkte sofort. Schon gewusst? Deshalb spricht Servet auch so gut Deutsch. Viel zu schnell groß geworden, so reagieren die Wollnys auf Loredanas Hochzeits. Trotz der vielen negativen Kommentare finden sich unter Loredanas Hochzeitsverkündung auch zahlreiche herzliche Glückwünsche. Punkt Viele scheinen dem jungen Paar das Beste zu wünschen. Auch die Wollnys gratulieren fleißig. Jeremy Pascal Wollny, der erst vor kurzem noch mit seiner Schwester Kalanta abrechnete, schreibt Kleine Schwester, du bist viel zu schnell groß geworden. Jetzt steht einfach schon deine Hochzeit vor der Tür. Das wird ein epischer Moment in eurem Leben. Wir freuen uns sehr für euch. Auch Familienoberhaupt Silvia Wollny hinterlässt zwei Herzchen und zwei Kusssmileys unter dem Post. Wann genau die Hochzeitsglocken läuten, verrät Loredana allerdings noch nicht.